Wir haben jetzt zwei Kommandos. Es ist schwierig mit den Bayern, wenn die hinauffahren. Das ist schon so, dass du eigentlich kein sauberes Glück mehr bekommst. Das ist die Rogis. Und klauschen vor der großen Stadt. Stehen die Nutzern sich die Füße. Lass dann da und da im Sperrbezimmer. Das ist eine Füße. Ab und ich hab ihn. Nummer 2. Das hat uns getroffen. 60, 60. Geht's voll. 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 Ach ein bisschen, egal. Geht's voll. Haha, ja. Geht's voll. Geht's voll. Geht's voll. Geht's voll. Geht's voll. Geht's voll. Ich war mal in der Ortskette, wo ich noch geputzt habe, da habe ich jetzt als Proviant bekommen. Mal ein wenig Urlauber heim. Das Gepäck habe ich dabei. Der Hild, das ist mein Doris. Die Doris, die Lehrkraft. Die Lehrkraft würden wir einfach, weil wir nicht mehr im Haaren schaust. Das geht auch nicht. Aber sauber nicht. Die jetzt zum Kramer füge ich. Die Kramerbäcker. Alle in der Schらprache. Jetzt geht es eng, vielleicht ist die Kramplast. Ja, danke. Oh, süß! 2 Euro, gell? Nein, du musst auch mal... Also machen wir 2,50 Euro. Nein, aber das kostet nichts. Das kostet nichts. Das ist ein schönes Bad. Wenn du Hörzeit draufmachst, dann weiß der wieder nicht, dass es der Benedikt oder der Lehren hat. Da haben wir wieder ein Zeichen, wo du den meisten hinstellen musst. Zwei Erwachsenen, zwei Kinder, ein Zeichen. Ihr müsst euch halt zusammenhängen. Aber das ist halt wie ein Führergespann, wie ein Lehrherz. Herzlich Willkommen zu unserem Herzen veganen Wuppermark. Ein spezielles Mangebot. Fos-Sparmahl. 75 Gramm und 32,90 Euro. Pro 14. Ganz hart zu dir. Und wenn wir heute am Top für Fros-Wein-Hoff zwischenfassen, einen veganen Schweizer Wurstperl mit extra viel Guelten und Zwiebeln, würde ich wirklich empfehlen. Oder für einen Nachmittag zum Kaffee, ein Größer-Muffin. Gerade die totale Vitamin-Bombe. Wenn ihr wegst, seht ihr gerne mal, so zu probieren, als ein Topel einmal. 75 Gramm und 31,90 Euro. So wird es. Es wird total durchgehen. Alles haben miteinander halbe gleich. Gut. Gut. So, Sonst brauchst du dir dann abschminken. Hahahaha. Ich würd. Haha. Super. Pia schminkbar! Ich bin's gespannt. Daymache, dass wir kurz im Prückel ist. Was nicht die Ressierbeule wieder aufmösen! Wie wird die auch aufmösen. Jeden Tag sind auf und auf aufschnüllen. Da tun wir manchmal verschiedene Sinne. Na, mein. Mach es nicht all da mit Scheitone. Eben wird zu laut, alles bis zu laut. All das laut, alles bis zu laut, Alleinsteig, wir starten wieder zurück nach München! Musik 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 Oh, du bist so süß. Das ist ja Zumut! 15 Jahre Frosch. Frosch, du möchtest auch einen Frosch. Ja, Frosch, du möchtest auch einen Frosch. Du möchtest auch einen Frosch. Das ist so ein Froschuftleiter wie so ein Jungfartner. Ich sehe da auch jeder, dass die weder Kerzen keine Blüten haben. Und keine Blüten ist kein Schnee. Und Amerika ist schuld. Amerika hat mir den Schnee nicht gekriegt. Jetzt haben wir den Schnee gekriegt. Und unter dem Schnee haben wir die Blüten nicht mehr gesehen. Was ist schon Schnee? Was ist schon Schnee? Das weiße Zeug. Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe recht gehabt. Ich habe gesagt, viel Schnee ist viel Blüten. Jetzt fange ich an. Ich soll mit der Wind schruggen gehen. So ein Hocus Pocus. So ein Schmall. So ein Schmall. Dann machen wir den Frosch. Das war eine Sache. Also nein. Das Ball soll ich nicht ausziehen. Wen geht es ja nicht mehr. Nein. So geht das. Das ist gut. Dann sind wir wieder auf den Ballen rum. Da war noch nie was. Da sind bessere Ballen. Da sind noch junge Bursche. Da kommen sie schon noch drauf. Da sind die Hitfarne. Da kommen sie schon noch drauf. Da fahrt sie her. Da kann sie gehen. Fahrt und fahrt und fahrt. Und wir haben die Insel gehabt in Europa. Und dann fahrt er in Urwald vor ihren Kioch gehen. Aber ich hab ihn durchgesagt und der Fraunhofer hat gesagt, so müssen wir fallen. Der Fraunhofer hat nie was Zeit gesagt. Bitte, ihr werdet her. Von den Bayern, oder wo. Dort glaub ich schon. Lauter. Von wo. Von wo. Und wie heißt euch? Wie heißt euch? Der Ober. Der Oberhalte von der Tochter. Halt. Die. 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 Gott! Oh, oh, oh! Ich will, ja, jetzt gibt's ja! Eins müsst ihr euch mehr! Neu! Sie hat sich eingeladen! Christoph! Auf die Tumengel! Jo, ich habe mich ewig mit der Musik hier noch aufgetragen bekommen! Na, sag mal, Brot ist mit euch! Komm! Bringst nicht die Wiener! Ja? 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 Komm, 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 der kommt schon! Ja? Guck, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Jetzt kann ich nicht, weil ihr lacht. Ihr dürft nicht lachen. Jetzt wirst du kicken, jetzt wirst du kicken, jetzt kommt er. Jetzt wirst du kicken. Schöpfer, weiß ich es nicht. Weißen, meine Arbeit. Applaus Das ist der Kassel Das sind die Recken, das ist der Kassel Das ist der Kassel Das ist der Kassel Das ist der Kassel Das sind sie alle mit mir Sind sie alle mit mir Acht Was sag ich? Acht Ich hab nur acht 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 mal hat's gemacht Der Heli hat's gemacht Ja So weit haben wir noch nicht Dreh Hunde Wohl genährt Und nur den Kornel Wohl bin ich jetzt gespendet 40 Stunden Wunderscheiß Wichler Rassehunde Wohl genährt Und quasi Sturpenrei Jetzt der Zustand Aus Ich bin ganz so brav Haben Sie das gesehen? Der kann nicht so richtig Der kann nicht so richtig Wie hab ich gemacht? Wir wollen jetzt hier nach Regen gehen! Sind sie Hundebesitzer? Aber sie wollen Hundebesitzer werden? So eine Waffe, wenn sie sich hören. Ich kann immer auf, wenn du mein Gull bist und ich will sie nicht acceptieren. Hey... Hey Baby! Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht, wie sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Musik 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 Musik